Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Hüter des Kerns, anzunehmen bei Bran Bronze Bart, in der Sturmgipfel, in diesem Gebiet, normalerweise an der Position wo ihr die Vorquest abgegeben habt, das war dem Kern hinterher. Sollte Bran nicht mehr da sein, benutzt einfach nochmal Brans Kommunikator. Ich nehme die Quest auf, während des Patches 9.2.5, mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist, außer dem fliegen kann, aber für diese Quest ist auch fliegen notwendig. Solltet ihr kein Kaltwetterflug haben, schaut nach ob ihr diese Seiten besitzt, kleine Windweiterzügel. Ich habe übrigens auch einen Twitch Kanal, Link dazu findet ihr in den Kommentaren, wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Und hier müssen wir als erstes das hin. Hier auch die Map. Hier befinde ich mich. Und jetzt müssen wir hineinfliegen. Also Quest geht nicht ohne Fliegen. Ja, okay, ja, Hexenmeister können euch hineinporten, eventuell. Aber das ist extrem unumständlich. Und dieser Seite bin ich mir nicht sicher, ob der Sinn wie HOTLK Classic überhaupt eingeführt wurde. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Ihr könnt nachschauen in diesen Videos. Da erkläre ich es genau, wie ich an dieser Seite nicht gekommen bin. Aber da erkläre ich es, wie man an dieser Seite kommt. Und hier ist der Atan. Nicht Elite. Sollte also machbar sein. Wie gesagt, ich bin zu hoch. Töte ihn mit einem Schlag. Und da ist es. Norgannons Camp. Ähm, jetzt seht ihr, hier ist wieder ein Fragezeichen. Ohne irgendein NBC. Ganz einfach. Wandskommunikator. Quest ist abzugeben. Bei Wandbronzebart. In der Sturngipfel. Und der Wandwärm in dieser Höhle, wo wir gerade die Quest abgeschlossen haben. Beziehungsweise sie erfüllt haben. Ihr könnt aber vermutlich auch außerhalb irgendwo Wandskommunikator nutzen. Dann könnt ihr da die Quest auch abgeben. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den schon erwähnten Twitch Link. Wäre cool, wenn ihr den mal anklickt. Eventuell macht es euch Laune. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.